. Ja, ist das dann doch zu wenig, wenn man so viele Chancen benötigt für ein Tor. 84. Arjani, da war man jetzt mal eiskalt. Der Außenverteidiger Arjani, drittes Tor für ihn, sechs Minuten vor Schluss. Ich hab's vermutlich in diesem Moment noch gedacht. Vielleicht können wir noch ein Wunder herstellen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.